Hallo Leute, es ist eine neue Folge von Deiterion. Jetzt haben wir gegen Süden und Lantern gekannt und dann wurden die Lantern sich auf dem Hacker gemacht und haben uns eingesperrt. Da haben wir noch andere Sachen passiert, aber wenn ihr das sehen wollt, sind wir schon nicht mehr. Link in der Beschreibung. Und ja, jetzt sind wir im Gefängnis vom Simps. Jetzt Karpkasten. Ich glaube, das spielt noch nicht so lange wie ich dachte. Ich glaube auch nicht. Oh nein, das ist ein Schildkater. Oh, wir müssen uns mal ein bisschen machen, so... Geht auf. Wir können wirklich schnell aufhören, wenn wir uns gedacht haben. Hey, Welsley. Ja, das ist ein Stab, der Klingel. Ja. Wenn du ihn mit ihm, denkst du, dass du ihn mit Lüzy? Ich könnte Lüzy smashen, aber ich weiß, dass das nicht wirklich Lüzy ist. Es ist mehr über Lüzy und Lüzy. Ich dachte, vielleicht könnte ich das auch machen. Ja. Du willst Feuer bfill? Ja, du bist glücklich. Ja. Du hast glücklich? Ich werde das Gelb. du hast partout. Ja, du hast sie. J Bestes. J денит du gerade? Du bist glücklich? Du kannst dich machen, deine Kinder? Du gibst dich? Ja, du kannst dich gestalt? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht kann ich das. Hm. Ah, das ist so. Hey, Chris. Wait a second. Ich weiß nicht. Es wird es einfacher zu werden. Wenn du hier bist. So, next time we fight an enemy, if you tell me what to do, I'll listen to me. But, you know, don't tell me anything stupid or I'll go back to smashing heads, alright? Okay. Chris. Okay, okay. Susie joined Party for real. So. Frank Castle. Or... Elevator to prison. For me known as Elevator to Basement, you just have to be there. There is a lot of cages. Interessant. Ah. One ranger convinced compliment. One ranger. Sparkling into view. Defends. You talk to the competent enemy. Ah. Are you serious? What good can I say about someone trying to kill us? Ah. So do you kill us? But quite not right. Saying something you wish someone to say to you. You are unbanned from free camp. Sandwiched to get... Come on, set me to that. Perished. Oh. It is very weird that the new langsam and new schnellen. Ah. One ranger. Compliment. Ah. Doom art from spare. So. You combine it with enemy. Die Outrage is not discussing? Ah. Is bad one ranger. Jetzt muss ich noch rein, aber es wird trotzdem was gebrochen. Warte mal in der Nase. Warte mal in der Nase. Noch kurz Defend. Warum sind wir mit dem Bülter gesprungen? Als erstes kommt Susi. Dann machte Defend. Ich habe genug Kraft und Magic hier. Und dann hier, vorher auch, Susi, so. Wollen wir auf die Kettbewerse. Wie immer mehr. Jetzt nicht mehr. Ach komm, das war's. Komm schon auf der Kettbewerse. Okay, gut. So, und dann weg. Ich will gerade realisieren, ich wollte mich nicht mehr so an, aber schon realisiert. Das stimmt. Das stimmt. Viel einfacher. So, die haben die Kettbewerse. Die Kettbewerse. Was haben wir gesehen? Ah, hier kommen wir, äh. Okay. Hier sind wir so der Einigung. Ja, wo's geht. So, also, acts. Swandon Ranger Compliment. Dann... Machst du schon... Oh, voll stoff. Hoppla. So. Und du machst uns werfen. So, sie kommen mit dem Enemy. Nice, you guys look like you're gonna kill me. Tch. Wie ist das geschnecht? Wie ist das auf den Ranger? Long-lifted King. Fuck off. Oh, das wäre es knapp! Ha, 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 ha. Kompliment. Und um... So, so. Die Komplinenden Enemy. Ich will jetzt keep body-tackling in der Soda-Machin. Wo ist das Bedeutung? Oh, das ist schlimm. So, was soll mir die Linus? 1 und 2, ja, das ist doch. Hoppla, das war's. Ich solde all of my bads. Toenpläst mich nicht mehr. Na, du... Backwards, but life has never been better. Hey, you... The columns that beat me up earlier. That's not the way... There's no way I don't think you're so scrapped. Apologize profusely if it's cute. Or intimidate. We're sorry. We made a mistake earlier. Who promise you won't do it again? Huh? You're apologizing? I guess I'll forgive you then. Your violence against a single and one minute to give it. Looks like a family photograph. Normal everyday witches. Acquired from a legit... 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 Met... Met... So, okay... I can't even... Okay, no... Like... Get... So... Stop. obwohl ich würde und auch für die stadt das ging das ist besser wie knapp auch das manchmal ist krass ich weiß nicht ich glaube wie er weit ist doch wenn ich eine bitte die top floor könnte ich doch dass der top schloss ist so weit okay damit und mit ok ok ja ob in die zweite schaffte zeitlos klopfen ich kann kassel bei fremd könnt ihr auch bei der So, I guess. Oh, was hab ich gemacht? Uh oh. Oh, U budget, but those are the theirs. Now, prepare yourselves for the strongest army of the dozers. Totally. erns Das ist ein verdammter Ernst. Alter, der Humor. God damn it! Ist das behindert? Alter. Ist das dumm. Ich nehme alles mit zurück, die haben die Kuh wie Papyrus. Ist ja noch schlimmer wie Papyrus. God damn it! Alter, das ist dumm. Ob zum nächsten Flur. Verdammt, jedes Mal. Okay, neuer Gegner. Obwohl eine ist nicht neuer Gegner. Da sind, äh, als stärkere Regionen davon. Äh, ich würde sagen, dann. Also, we ordered Susie to flirt with the enemy. And, hell no. Oh, Susie, it's okay if you don't know how. What? Shut up, that's not the problem. Are you sure? Alright, look, wise guy, I'll show you. I'll show you, watch this. Um... So, uh... Come here, often? Head, have you felt off corner and left? Hey, get back here and let me sit with you. I don't know how my name was on yellow. Oh, that's... Okay. Ah, verdammt. Not too long ago. Okay. That's another one you can see. Eh, bbb, bb, bb,! Er, uh... Let's say I'll get more of my orange? He'll be more of my orange. I'll get more of my orange. Dat's summut, is that with the enemy? Hell no! Let's see if I have to do it. Ich weiß nicht, dass die Kantehout... Effie, die Guglinie ist nur Quenzen. Die Hände ist wie ein Wollfall... Wait, um, do you have that one? The Hände sind auch nicht mehr. Oh, oh, oh dear, wait. Not so easy, huh? Okay, das war so. Uh, b-b-b-b... Ich muss dann kurz die Fenze. Du musst dann auch kurz die Fenze und du machst dann hier Magic. Spielprayer und alles mal Chris. Voll, danke. Und easy, das ist wirklich EASY. Obwohl, nee. Ist dir was? Ich wollte eigentlich mal das Ding. Head-Healthy's Mind isn't... Spare. Spare. You first have a head-heath. It was highly effective. This is bad head healthy. He won. Zero XP and 40 HDF. Okay. 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 Okay, I'm home. Okay. So, wahrscheinlich sind die Spocken wieder da, no? Ja, genau. Komm her. Okay. Uh, also. Act-Healthy. Flirt. Dann machst du hier's bear. Und du nochst dann die Fenze. So. You first have a head-heath. How do you act-active? This is bad head-heath. Okay. Easy. Bam. Und bam. Easy. Bam. Bam. Damit wär's nur noch einer. Ja, wahrscheinlich die eine Attacke, weil... Aber wirklich, so. Act. Blöd. Bam. 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 Okay. Und 133 ist schnell. Okay. Hoppla. Faltsch doch wieder. So. Und dann geht's nicht weiter hoch. Oh, verdammt. Jedes Mal. Weil der Chris nicht getroffen wird. Alles gut, sagt der unser Wetter. Oh, je, je, je. Was ist denn hier? Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Haha. Those guys really think that was all I had is? W- 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 Oh, egal. Das war's wert. Oh Gott, das war's. Hier ist wieder ein Raum. Oh, so hier ist es. Das war schon die Cakes, die kommt... Mission-Boss-Säule nicht größer mehr. Zu Blümbox. Jetzt Plank kommt... ...wenn dann... ...so... ...und die wirtschaftlich machen. Hoppla, jedes Mal. Also wenn wir jetzt schon am Ende sozusagen... ...denn hier mit, also im letzten Gebiet... ...wir könnten es nicht gut... ...Glück sei, als wir in zwei Folgen so fertig sind... ...das würde mich so aufbinden... ...und das war's... ...und das war's. Also das nächste Woche wahrscheinlich... ...und das Spiel schon fertig. Ich... ...und die Schöpfung... ...was zum Geilab... ...Waltzwats... ...webte hier... ...und... Kennedy... ...webte hier... ...webte hier... ...neu collapsing... ...webte hier... ... top tires... ... nenhuma Knotch... ...ich soal das ist ideal. ...Duck... Wie? Nee. Was ist das? Ich habe hier ein paar Fragen. Oh, dann kaufe ich mich. Oh, Pableto. Pableto. Warte, warte. Als erstes, switch mal Exit-Monts, you know, in Dungeonlands. Und rüste mal alles aus, was ich jetzt habe. Oh, equip. Okay, du hast ja nichts. Du bist ja schon voll, dass du. Opla. So. Oh, Gott. So, es ist Gott. Okay. So, Attack. Äh, mit weniger, aber schon mehr Magic. So, dann nehme ich mir das. Ach, ich hätte ja, ich wollte gerade ohne den Job. Du willst hier, Power. Ach, okay. Äh, dann, äh, ja, okay. Wichtig. Äh, dann warte, dann werde ich kurz noch Cell machen. Äh, Cell of Items. Äh. Äh. Äh, Cell of Weapons. Äh, Spooky Swords habe ich gerade ausgerüstet. Cell of Weapons. Oh mein Mann, habe ich nicht wirklich Spooky Swords ausgerüstet? Oder wie? Äh, warte, das muss ich kurz checken. Hä? Oh mein Mann, jetzt habe ich das noch ausgerüstet oder nicht? Mal schauen. Ich habe Woodblade. Okay. Aber was ist besser? Er darfst. Warum ist das nicht ausgerüstet? Ja. Okay, wir geht's. Und Main Axe, äh. I'm the Duke of the world. The, 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 my hobby the clues, car gravity, blue lockheed and bikeheed and cages. And long walks in the village. I was still one of my admires for. Uh, why is... Why sell to us? Hehe. So I might amass the founts once in a, an army of founts. So that the makers just like fermented crabs into the most delicious but little beverage. Vengeance. Hehe. Oh. Oh, however. The king. A lot of the kings are the cruel and terrifying monorack. However, he is also brilliant for he is, beside his skills, to appoint me a steel of puzzles. After pretty much if everyone else was furthest or placed inside a cage. Truly a beloved. And we have to know that the king of the king is. An equal. A big hand. Dude. So, don. The king's son. The son on the other hand is more troublesome than a physical science. He always acted in US kids and called me his lesser dad. Our relation is not really one of the people at the time. um Böke, aber rückwärts? Ja... Ich bin nicht gut für das. Ach ja. Okay, das war Sprengcheunfeld. Okay, dann fahre ich den Elf. Okay. Ahem. Silben... Weapon? Ah, okay. Das scheint alles zu sein. Ja, das ist gut. So, wir sind in der Dungeon-Wirms. Ah, ich habe den Dungeon-Wirms. Das ist gut. Warum ist der Elevator? Ich weiß nicht. Das ist gut. Das ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh Gott, das soll wieder hin. Das ist gut. Das ist der Erhung von dem Erbjör. Das ist gut, was du? Das ist mein Kontrollkorn. Du kannst es nicht mehr sehen. Oh, blöder. Oh, no. Es ist die gleiche. Es ist die gleiche. Es ist die Kontrollkorn. Es ist die Kontrollkorn. Es ist die Kontrollkorn. Aber ich werde nicht mehr sehen. Aber ich werde es nicht mehr sehen. Ich werde es nicht mehr sehen. Hier kommt. Schöpfen zu Gern und Bauen. Komm mir mal rein. Hier kommt es. Schöpfen. Das war knapp. Das war die Korn. Die Korn ist 80% hoch. Okay, das war knapp. Das ist Susi's Idee. Okay, dann mache ich einfach die PAD-Kippen-Nein. Ich baue die Kiebel. It's still hardly working. Whatever can we do with this? Hey! Okay, das ist nein. Okay. Okay, Susi. Ich weiß noch was, Susi. Susi, you want to act? What's the idea? Um, well, how do I say this? I kind of need you for this one. That's fine. You want to apologize to it for earlier? What? Nah, I just need you to stay still. Chris, we gotta get that crown of his head. How before was it? I said it. Wait, what? He's out of here with the power. Carlos in the middle. Das ist eine Idee! Oh! Oh, god, Alter, was ist los? The crown is 56 centiures. Bro! Carlos in the middle. I don't know, I'm always straight. Was so? Okay. LTP ist ja gleich voll. Bro. Well, R. Bam! The crown is great. Nice. I don't know if I was one of the only ones I got caught. I got so much in the middle. I got so much in the middle. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sehen. ich hoffe dann sagt sie schon dieses bei